ARD Text im Auftrag von Funk Und jetzt die Nachbarung Überraschung Oh ja Oh war das schnell Da kommen die Franzosen Gleich kommen Wir holen das Spiel zurück Oh nein Der Gastspiel Und nach vorne Jetzt muss er dann auch nach vorne Warte der Spieler Jetzt Nein Oh nein Oh Gott Oh Gott Ich komme nochmal wieder Man kann nicht so weiter Aber er kann ihn rüberschießen Ich kann nichts Ich bin halt Ich drück jetzt Das muss der Ausgleich werden Alter Jetzt kannst du schon kippen Ja und so Jetzt musst du ausgleich machen Nein Ja 10 Sekunden noch Wie geht das in dieser Längerung Jetzt Schön absichern Wir wollen die Verlängerung Ich mach nicht mehr Aus 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 Der Längerung Der Längerung So jetzt geht es um alles Ich muss noch etwas überraschendes Ja 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 Das ist voll nur noch reichend Ist das Spaß Oh nichts mehr Entschuldigung Achtet ihm alle Oh ja Achtet ihm alle Aus 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 Elfmeter 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 Mir kommt noch drauf Mir kommt schon ein Tor Ach du Du musst den Block machen Du musst den Sliding-Block Ja 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 Das ist Elfmeter Nein Der ist für mich Zerstört Ja Ja Wir sind die Elfmeterschützen Ich lasse Ich lasse Dr. Ja Das ist Du Ich lasse Ich lasse F McKinn Ich lasse Ich lasse